Ja hallo, heute meine Lieben nehmen wir nochmal die Basics durch, die Basics für das Unternehmertum, für die Selbstständigkeit, ganz besonders wenn du zum Beispiel noch Freelancer bist und vielleicht auch gar nicht mehr willst als wie Freelancer und vielleicht ein paar andere Freelancer noch zusammenarbeitest etc. pp. und eigentlich auch genügsam bist und es sich eigentlich auch gar nicht so richtig lohnt, aus irgendwelchen steuerlichen Gründen oder sonstiges ins Ausland abzuwandern, denn du wirst feststellen, wenn du dich da mal ein bisschen näher mit beschäftigst, dass es in vielen Ländern eben sogenannte Flatrates gibt, dass es in vielen Ländern zum Beispiel auch in Osteuropa oder auch darüber hinaus nicht die Möglichkeit gibt, wie es in Deutschland der Fall ist, dass du sozusagen Investitionsgüter abziehst und anrechnen lässt, also steuerlich absetzt. Dieses Prinzip gibt es nicht in jedem Land. Also du kannst zum Beispiel irgendwo, sag mal, du verdienst 50.000 Euro und dann kaufst du dir für 10.000 Computer oder irgendwas anderes oder eine schöne Kamera oder sonstiges, je nachdem, was du eben machst, beruflich Freelancer-mäßig. Die kannst du nicht einfach, die musst du sozusagen aus deiner eigenen Tasche zahlen, die kannst du nicht anrechnen, die kannst du nicht absetzen, nicht geltend machen. Dieses Prinzip gibt es eben in Deutschland. Das ist sehr, sehr vorteilhaft, insbesondere wenn du am Anfang stehst. Also letztendlich kannst du in Deutschland meiner Meinung nach super leben und letztendlich auch ein tolles Leben haben, wenn du zum Beispiel als Softwareentwickler, Digitaldienstleister etc. pp., Freelancer hier, sagen wir mal, du machst deine 100.000 Euro im Jahr, 80.000 vor Steuern bleiben dir übrig, 70.000, dann zahlst du unter Umständen. Ich kann dir das gerne mal empfehlen, also einfach mal googeln, Netto-Brutto-Lohnrechner oder Gehalt.de oder irgendwie sowas, so einen Rechner einfach mal aufzumachen, je nachdem, ob du natürlich verheiratet bist, ja, welche Steuerklasse du fällst und so weiter. Zahlst du eventuell bei 80.000 auch nicht sehr viel mehr Einkommenssteuer, ich habe es mal gerade ausgerechnet, ich kann es nochmal einblenden, wenn ich es finde, von 6.000, 80.000, wenn du machst im Jahr sind es 6.667 pro Monat, glaube ich, und dann zahlst du ungefähr Einkommenssteuer 1.300, also so ein Sechstel, das ist ungefähr, naja, unter 20 Prozent. Ja, und wenn du das jetzt mal so schaust, dafür lebst du dann wirklich noch wirklich gutem Land mit einer sehr guten, also Infrastruktur noch verhältnismäßig gut und so weiter im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ja, und wenn du es nicht glaubst, fahr einfach mal ein bisschen rum, reise einfach mal ein bisschen rum. Ich weiß, viele schimpfen immer auf Deutschland, aber es hängt natürlich auch vom Bundesland ab, ne, in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und so weiter, da funktioniert alles noch relativ gut. Es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum man hier uns, das sage ich ja auch immer in meinen Videos, warum wir Deutschen hier auch, oder egal wer in Deutschland, sich unbedingt auch weiterhin schön anstrengen muss und auch einiges optimieren muss, sich permanent selbst optimieren muss, das ist natürlich auch klar, ja, aber generell hier mal die Basics, die du wissen musst und häufig, und deswegen mache ich auch dieses Video, habe ich das Gefühl bei den Freelancern und Selbstständigen, die sich bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch, die sind so in ihrem Trubel drin, so in ihrem Tagesgeschäft, so in ihrem, ja, auch in diesem Massenflut, Medien, 10.000 Coaches irgendwie hier das reingezogen dort, diesen Information Overload. Und deswegen hier dieses vereinfachte Video, um einfach nochmal die Basics wirklich runterzubrechen, worum es eigentlich geht, das ist nämlich im Grunde gar nicht so schwierig, man kann es hier innerhalb von 5 bis 10 Minuten einfach nochmal verdeutlichen, für diejenigen, die sozusagen auch noch quasi vom Mindset her, und das sind halt einfach sehr, sehr viele auch aus diesem Angestellten Mindset kommen, die halt dann sozusagen diese absoluten Basics vielleicht auch übersprungen haben, einfach sich so ins kalte Becken bewegt haben, und dafür ist es wie dieses Video, viel Spaß damit, wir sehen uns gleich am Whiteboard, bis gleich. Ja, meine Lieben, hier noch die Überreste vom Video aus dem Wochenende, also von gestern, vom Sonntag, Einnahme minus Ausgabe ist gleich Gewinn, also hier sind wir noch ein paar wirklich absolute Basics auch, was sozusagen das Thema, wie jongliere ich Einnahmen, Ausgaben, und wie kann ich sozusagen Einnahmen erhöhen und gleichzeitig Ausgaben reduzieren, das ist nämlich gar nicht so trivial, also dieses Video, wenn du es verpasst hast, unbedingt auch nochmal anschauen bei mir auf dem YouTube-Channel, und da muss ich jetzt erstmal die Tafel putzen, also wir sehen uns in einer Sekunde. So, das war jetzt mal wieder ein Drama hier mit der Tafel putzen. Es scheint, habe ich hier einen falschen Stift verwendet, ich glaube, diesen Fall kriege ich nie wieder weg. Okay, okay, so viel dazu. Okay, ich bin hier auf der Nordseite, ich hoffe, das Licht passt soweit, ich habe hier sogar eine Softbox angeschmissen, es scheint immer noch irgendwie ein bisschen dunkel zu sein. Naja, also, was habe ich mir denn hier auf dem Herweg in der S-Bahn ein schönes notiert? Letztendlich alles in der Selbstständigkeit, also angenommen, du bist jetzt Freelancer, Selbstständiger und rödelst noch ein bisschen da vor sich hin und bist eigentlich letztendlich noch nicht so richtig dabei, selbstständig und eigenständig Kunden zu gewinnen. Hierbei musst du eines verstanden haben, alles, ja, letztendlich in der Phase, wo du dich gerade befindest, letztendlich hängt von einer einzigen Komponente ab und das ist der sogenannte... Habe ich jetzt wieder den falschen Stift verwendet hier? Oh Mann, hoffentlich... Okay, nee, der geht ab. Okay, pass. Also, und das ist der sogenannte Product-Market-Fit, okay? Product... Market-Fit. Ich habe das jetzt einfach mal in Deutsch hingeschrieben, manchmal weiß ich auch nicht genau, wie schreibe ich eigentlich noch was, ja, diese ganzen denglischen Wörter. Und darum geht es, es geht um Product-Market-Fit. Warum? Weil wenn ich heute zum Lidl rübergehe, ja, und ich habe wirklich einen Kohldampf, ja, und dann sehe ich da dort meine Hörnchen und meine Croissants und so weiter, da überlege ich keine Sekunde, ich gehe im Verein, kaufe das Ding, fertig. Warum? Product-Market-Fit. Leistung, Preis passt, Bedürfnis, gestillt, Hunger und so weiter. Auf einer super Ebene. Und genau das in einem B2B-Konzept, ja, in einem B2B-Kontext, darum geht es nichts anderes, ja. Es geht immer nur darum, okay, Wie gehen wir jetzt sozusagen hier vor? Also nochmal, die absoluten Basics. Das Erste ist Zielgruppe. Du musst dir im Klaren sein, für wen willst du arbeiten? Ja, wer sind deine Kunden? Aus dem raus entsteht dann dein Targeting. Okay. Und aus dem raus entsteht deine Akquise, zum Beispiel auch für Zielgruppenbesitzpartner. Das ist mitunter die intelligenteste Form der Akquise. Du kannst natürlich auch Kaltakquise machen, ja, du kannst es auch mischen. Für manche, in manchen Fällen ist Kaltakquise sogar die schnellere Form. Das hängt mir auf dem Einzelfall ab. Dazu dir einfach mal uns mal ein Erstgespräch buchen. Okay. Und wenn ich das hier gefunden habe, ja, die Zielgruppe, die Zielgruppe ist letztendlich das hier. Okay. Das ist der Market. Und jetzt fehlt mir noch das Product. Und das Product letztendlich ist das Angebot. Und wie komme ich jetzt auf das Angebot? Das wird wiederum untergliedert in meiner Positionierung. Okay. Und wie wiederum, was wiederum beinhaltet meine Positionierung, mein Portofolio, ja, meine Kompetenz. Das sind letztendlich drei Dinge. Und meine Referenz. Ja. Letztendlich mein Vergleichswert. Das mache ich hier nochmal hin. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Vergleichbarkeit. Und dann sind wir gleich bei dem Thema USB. Mein Vergleichswert, den ich in den Markt rein projiziere, und dieser dann auch wahrgenommen wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also, diesen Vergleichswert, also meine Positionierung, die projiziere ich in den Markt rein über meine Webseite, über meine E-Mails, über meine Handsprache, über meine YouTube-Videos und so weiter. Und dann wird da in einer ganz bestimmten Art und Weise wahrgenommen. Und dann, ist ganz, ganz wichtig, hier muss ich also dann über sogenannte Feedback-Loops diese zwei Komponenten hier immer miteinander abgleichen. Wie projiziere ich in den Markt rein meine Positionierung, ja, so wie ich denke, dass ich wahrgenommen werde und dann, wie werde ich tatsächlich wahrgenommen. Und das immer wieder miteinander abgleichen, immer wieder miteinander abgleichen. Diese Feedback-Loops sind einfach super wichtig. Und diese super wichtigen Feedback-Loops, die sind letztendlich zum einen nochmal unterteilbar in quantitativ, in qualitativ, in qualitativ was habe ich hier noch hingeschrieben, in kurze, relevante und signifikante Feedback-Loops. Okay, das hätte ich eigentlich zuerst sagen müssen, egal. Okay, was bedeutet kurze, relevante, signifikante Feedback-Loops um meine projizierte Positionierung im Markt mit der wahrgenommenen Positionierung im Markt immer wieder abzugleichen. Kurze, relevante, signifikante Feedback-Loops bedeutet, kurze Feedback-Loops, das heißt, ich warte nicht sehr lange, ich hole mir so schnell wie möglich immer wieder, damit ich nicht in die falsche Richtung laufe, also möglichst kurz in die falsche Richtung laufe, falls ich in die falsche Richtung laufe, dass es immer kurze Abstände nur sind. Und ich sehr schnell wieder links und rechts sozusagen hier mal ein paar Grad, hier mal ein paar Grad. Warum? Weil wenn ich in München bin und ich habe nur zwei Grad Abweichung, also mein Plan ist es, von München nach Stockholm und ich habe nur zwei Grad Abweichung, dann lande ich irgendwo im Kaukasus, so ungefähr. Wenn ich zu lange die falsche Richtung gehe, gehe ich sehr, sehr weit weg von da, wo ich eigentlich sein wollte. Deswegen diese kurzen Feedback-Loops, relevante Feedback-Loops. Ich brauche natürlich Feedback-Loops von den richtigen Leuten. Das heißt, wenn ich jetzt letztens, habe ich zum Beispiel mal ein paar Videos gemacht, so zum Spaß auch, über Auswandern aus Deutschland, da sind dann irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Hater-Kommentare hinterlassen und so weiter. Das ist nicht unbedingt meine Zielgruppe. Also wenn ich mir von denen Feedback-Loops sozusagen, und da darauf aufbauend, sozusagen dann meine Produkte bauen würde oder so was, oder meine Akademie oder meine Dienstleistung, dann wäre das nicht relevante Feedback-Loops, weil das ist nicht meine Zielgruppe. Signifikante sind dann letztendlich, wenn ich nur ein Feedback hole, ist das mehr oder weniger super, aber noch nicht so wirklich aussagekräftig. Das heißt, ich brauche Signifikanz. Das bedeutet, ich brauche mindestens mal 20, 30, 40, 50, 100. Desto mehr, desto besser, desto höher ist die statistische Relevanz. Und dadurch auch steigert die Signifikanz. Also Signifikanz ist generiert aus statistischer Relevanz. Relevanz ist generiert aus der richtigen Zielgruppen, aus dem richtigen Targeting. Das hätte ich hier noch hinschreiben sollen. Hier steht ja Targeting. Das haben wir hier oben gemacht. Das ist ja sozusagen die Vorarbeit, bevor ich überhaupt ein Angebot erstellen kann. Und kurze, das habe ich ja gerade erklärt, mit der Abweichung ein paar Grad und dass man nicht so lange, nicht so lange in die falsche Richtung läuft. Okay, ganz, ganz wichtig. Manche laufen irgendwie 5 Jahre in die falsche Richtung und wundern sich dann, dass sie in Tombuctu sind und wollten eigentlich nach Stockholm. Okay. Also, das soll es gewesen sein. Das ist sozusagen, wenn du das immer wieder machst und dieses gesamte Ding hier ist letztendlich Product-Market-Fit und das hier ist letztendlich dieses komplette Ding immer wieder auch ein Zyklus. Ja, also das komplette Ding hier hat immer wieder einen iterativen Prozess in sich intrinsisch. Das heißt, du hörst eigentlich nie auf, das zu machen, was ich jetzt hier erklärt habe, als Unternehmer-Selbstständiger. Solltest du eigentlich letztendlich auch als Persönlichkeit, also als Person machen, privat, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, dass du immer wieder sozusagen iterativen schleifen, immer wieder dich selbst Product-Market-Fit, wie bin ich, was mache ich und ist es noch optimal für die Ziele, zahle ich hier noch optimal auf die Ziele ein, die ich mir vielleicht mal gesetzt habe. Sind diese Ziele noch sozusagen akkurat oder sollte ich da vielleicht mal was justieren, das nochmal nachprüfen und letztendlich ist es im Business genau das Gleiche. Ja, es geht ja mit einher. Also man kann es eigentlich auch gar nicht mehr trennen heutzutage. Man sollte es auch gar nicht mehr trennen. Das, was du im Business machst, wenn du heute noch, in der heutigen Zeit, mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben, digital, KI, AI, digital Geld verdienen, egal von wo aus und so weiter, ja, wenn du heute noch sagen wir mal dein berufliches von deinen privaten Zielen komplett trennst, dann ist das eigentlich letztendlich nicht selber schuld. Man kann das sehr gut vereinen, sehr gut verknüpfen, ja, dass ich eben beruflich erfolgreich bin sozusagen, also geschäftlich und gleichzeitig auch privat optimal genau das Leben lebe, das mich eigentlich glücklich macht und das ist definitiv möglich und wenn nicht heute, wann dann, ja. in diesem Sinne, dein Thomas Klein, bis zum nächsten Mal, hol dir bei uns einen Termin, wenn du vielleicht ein bisschen Hilfe brauchst, ein bisschen dich austauschen möchtest, gerne mit mir oder einem unserer Experten. Bis dahin, ciao. Happy hunting. how to be a felfe team. how to be a felfe team. how to be a felfe how to be a felfe How to be a felfe team. 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 how to be a felfe team team. how to be a felfe team. how to be a felfe team.